Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotografinnen und Gestalter. Ich freue mich, dass du da bist und hoffe, bei dir ist alles im grünen Bereich. Ich heiße Markus Weger und bin Autor und Erzählend für Fotografie und Gestaltung. Seit Ende April besitze ich das Olympus M-Suico 8-25mm f4 Pro. Ich habe lange überlegt, ob ich das Objektiv anschaffen soll. Im Laufe der Jahre habe ich zu viele Objektive gekauft, von denen ich dachte, dass ich sie haben müsse, die dann aber kaum zum Einsatz gekommen sind. Nun spielt bei mir Geld nicht unbedingt gar keine Rolle und gedankenlosem Konsumieren von Dingen, die ich eigentlich nicht brauche, stehe ich ohnehin kritisch gegenüber. Ich hatte Zweifel, ob das Weitwinkel-Zoom tatsächlich einen Nutzen über meine bestehende Ausstattung an Objektiven hinausbringen würde oder ob mich einfach nur wieder einmal der Konsumrausch kitzelte. Zuletzt hatte ich zu 90% das 12-100mm f4, das 40-150mm f2.8 und das 300mm f4, allesamt Olympus Pro Objektive, im Einsatz. Wer gerne Architektur und Landschaft fotografiert, steht mit 12mm kürzester Brennweite regelmäßig an der Grenze dessen, was sich einfangen lässt. Zwar habe ich auch das Olympus 9-18mm besessen, doch wenn ich wie meist mit zwei Kameras auf Wanderung bin und an der anderen Kamera das 40-155mm mit Zweifachkonverter habe, dann führt die Lücke zwischen 36mm Kleinbild und 80mm Kleinbild ebenso oft zu frustrierenden Einschränkungen. Nun können wir den Blickwinkel eines Weitwinkels heute gut erweitern, indem wir mehrere Aufnahmen zu einem Panorama zusammenfügen. Vor allem das ließ mich an der Sinnhaftigkeit des 8-25mm für mich zweifeln. In diesem Fall habe ich mir keinen Regalhüter zugelegt. Seit ich dieses Weitwinkelsoom besitze, begleitet es mich dauernd. 50mm Kleinbild gegenüber 36mm Kleinbild beim 9-18er klingen nach keinem großen Unterschied. In der Praxis muss ich damit aber nur ausgesprochen selten auf ein Motiv verzichten, wenn ich damit und dem 40-150mm und Zweifachkonverter unterwegs bin. Das 8-25mm ist darüber hinaus auch deutlich besser gegen Umwelteinflüsse geschützt als das 9-18mm. Nicht irrelevant, wenn man häufig im Gebirge unterwegs ist. Der Benefit des weiteren Sichtwinkels zeigt sich auch bei der Aufnahme von Panoramen, denn die 16mm Kleinbild erfassen einen deutlich höheren Bildausschnitt und es sind weniger Aufnahmen erforderlich als mit dem 12-100mm. Der deutlich größere Bildausschnitt ist in vielen Situationen angenehm, aber in der Architekturfotografie goldwert. Damit habe ich eine ganz neue Freude an der Architekturfotografie entdeckt und endlich ein Projekt in Angriff genommen, das ich seit Jahren im Hinterkopf habe, nämlich die Gebäude und Orte meiner Region in Bildern festzuhalten. Ideal für dieses Vorhaben übrigens auch eine andere Neuanschaffung, mein E-Scooter. Mein Fazit also, das 8-25mm kann man wohl ohne Übertreibung das flexibelste Weitwinkelobjektiv bezeichnen, das es derzeit für Geld zu kaufen gibt. Meine Erwartung hat es übertroffen. Zusammen mit dem 40-150mm und dem Zweifach-Telekonverter scheine ich meine perfekte Kombination gefunden zu haben. Zumindest für den Moment.